Moin Leute, ich bin Freddy von Freddy's Kitchen und heute mache ich einen grünen Smoothie mit Ananas, Mango, Gurke, Minze und Apfel. Und wenn dich interessiert, wie ich das mache, dann bleib kurz dran. Die Zutaten sind ja im Grunde alle schon genannt. Zwei Äpfel in Stücke geschnitten mit Schale. Dann habe ich hier aus einem Kochrest eine halbe Mango und eine halbe Ananas ungefähr. Eine gute Handvoll Rucola, ein Stückchen Gurke und eine Handvoll Minze und eine Limette. Und eventuell auch noch etwas Mineralwasser, je nachdem welche Konsistenz man eben haben möchte. So, alles rein und mixen. Kein Hexenwerk eigentlich. Toti ist jetzt hier ein bisschen groß. Minze rein, Rucola rein, Saft von der Limette rein. Etwas Flüssigkeit dazu. Jo, schön grün. So, ein bisschen Minze rauf als Garnitur. Fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, zeig mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn du kein weiteres Video verpassen willst, dann abonniere doch einfach kostenlos meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis die Tage. Euer Freddy.